Hallo liebe Ökofreunde, ich habe hier ein Feld von 1,5 Hektaren Emd, also zweiter Schnitt für Tage Emd, den ich da zusammen machen will, damit wir da Rumpalen pressen können. Wieder habe ich da den Doppelkreisel-Schwader meines Nachbarn geholt. Wir sind im Gesprächsruf, wir brauchen jetzt von 17. März. Was macht ihr, dass euch noch ein paar Verstände seht und entgegelt wegen jedem Fechtbürschen, 8, 10, 1, 5, 10, hier bitte. Entschuldigung mit uns, das war eigentlich nicht für die Hälfte. Genau, das hat so ein bisschen hoch, sehr offen, ob ich da nicht weiß, wo man sieht. Ja, und jetzt nach Stroh Schwadert. Ja, und jetzt nach Stroh Schwadert. Ja, und jetzt nach Stroh.